Diese drei günstigen Aktien jetzt kaufen? Die Märkte und Kurse stehen trotz der letzten Tage, wo es ja den einen oder anderen Rückschlag gab, weiter auf Höchstständen bzw. generell auf einem hohen oder wie man auch sagen könnte teuren Niveau. Wir wollen dir deshalb in diesem Video mal drei Aktien und Titel vorstellen, die dort eben noch nicht stehen und allesamt sehr günstig, vielleicht sogar billig im Verhältnis zu ihrem Potenzial stehen. Welche das sind, wie sie aktuell bewertet werden und wo wir Kaufpotenzial sehen, das erfährst du in diesem Video, also los geht's. Herzlich willkommen auf unserem Kanal, mein Name ist Simon, ich bin der Finanznerd und heute stelle ich dir drei vermeintlich günstige Aktien vor, bei denen sich ein Kauf noch lohnen kann, weil sie eben nicht schon am Ende einer Rallye stehen, wie so viele andere tolle Titel am Markt. Wie du es ja auch sonst von uns gewohnt bist, möchten wir dir mit unseren Videos Finanztipps, Aktienanalysen und Steuerthemen näher bringen und verständlich erklären. Abonniere also jetzt gleich unseren Kanal, wir freuen uns auf dich und wir bedanken uns natürlich auch für die Unterstützung unseres Kanals bei allen bisherigen Abonnenten und Zuschauern und auch bei meinem persönlichen Lieblingsbroker Scalable Capital mit riesiger ETF und Aktienauswahl, mittlerweile ohne Mindestorderhöhe und 300.000 Derivaten und ganz einfach am Smartphone per App oder am PC bedienbar. Teste ihn doch einfach selbst über den Link unten in der Videobeschreibung und überzeuge dich von den vielen Vorteilen dort. Vielen Dank schon mal dafür und wir starten nun mit der ersten Aktie und die lässt mit ihren Produkten ja die Herzen vieler, vieler Männer hierzulande und auch weltweit höher schlagen. Es geht nämlich um die Porsche Automobil Holdings SE. Achtung, es handelt sich bei der Aktie übrigens nicht um den Fahrzeughersteller Porsche Direkt, der ist nämlich seit einigen Jahren ja bekannterweise im Volkswagen-Konzern. Nein, bei der Porsche Holding handelt es sich um eine eigenständige Firmenstruktur, die selber kaum einen aktiven Umsatz erzielt mit ihren Produkten, sondern eben Anteile und Aktien an anderen Firmen besitzt. Natürlich in erster Linie, und da kommt dann wieder die Brücke zu den Autos, hält sie aber über 53% der Stammaktien am gesamten Volkswagen-Konzern und somit auch an deren Marken wie beispielsweise VW, Audi, natürlich Porsche, dem Hersteller, Seat, Bentley und auch an den Lkw-Herstellern Scania und MAN, die ja mittlerweile im Konzern Traton fusioniert sind. Allein diese 53% der Stammaktien bedeuten einen bilanziellen Anteil von 31,4% am gezeichneten Kapital vom Volkswagen-Konzern und rechnet man das auf den Marktwert von VW um, so stellt allein diese Beteiligung schon einen Wert von 36,8 Milliarden Euro dar. Die Porsche Holding selbst, und da wird es schon mal interessant, wird hingegen nur mit 25,6 Milliarden Euro bewertet, schaut man sich den jetzigen Kurs an. Es steckt also allein in diesem Punkt schon viel Potenzial in Sachen Geschäftswert drin. Daneben haben sie aber auch noch andere kleinere Beteiligungen, wie am Softwareunternehmen PTV Group, welche Software rund um Transport und Verkehrsplanung entwickelt und vertreibt. Aber der Geschäftserfolg der Holding und der Aktie ist natürlich zum sehr großen Teil vom Erfolg des Volkswagen-Konzerns abhängig. Warum also nicht gleich VW-Aktien kaufen, worüber wir ja auch schon mal ein Video gemacht haben? Zum einen gibt es eben den erwähnten Bewertungsvorteil in der Bilanz und zum anderen geht es auch um den Betrachtungswinkel, denn es geht ja in diesem Video um günstige Aktien. Und da ist die Porsche Holding SE mit einem KGV von momentan 4,75 eben günstiger bewertet als der VW-Konzern mit 5,31. Sieht noch nicht viel aus, sind aber prozentual gesehen fast 12% Abschlag. Also keine dramatischen Unterschiede im Kern, aber eben Merkmale für einen günstigeren Einstieg und jetzt gerade kann eben ein solcher richtig sinnvoll sein. Zusätzliche Aufmerksamkeit bekommt der Titel nämlich aktuell gerade durch die Aufnahme in den nun auf 40 Unternehmen erweiterten DAX, was den Fokus ja noch mal stärker auf die Holding lenkt. Und auch eine Anhebung der Prognose für 2021 sowie die sehr guten Geschäftszahlen des VW-Konzerns aus dem Halbjahresbericht 2021 mit einem Umsatzwachstum von insgesamt 27,9% zeichnen ein insgesamt positives Bild. Der Kurs allerdings, und da wird es noch mal interessant, spiegelt dies noch nicht in dem Maß wider, wie er es hätte eigentlich können, was einen Kauf ja interessant machen kann. Seit dem kurzzeitigen Ausbruch über die Marke von 100 Euro je Aktie wurde der Kurs richtig abgestraft. Aktuell wird eine Aktie mit 84 Euro gehandelt und hat nach langer Zeit die 200-Tage-Linie, hier lila dargestellt, bei rund 80 Euro, auch schon mal kurz unterschritten. Viele Anleger nutzen das und sahen charttechnisch gesehen sofort ihre Chance zum Einstieg. Und ich sehe diesen auch. Persönlich glaube ich nämlich, dass VW den Wandel zum Elektroriesen mit am besten meistern wird von den deutschen Herstellern zumindest und dies jetzt auch schon durch aktuelle Modelle unterstreicht. Zwar ist die Konkurrenz aus China und von Tesla niemals zu unterschätzen, aber VW, Porsche, Audi und Co. haben weltweit einen sehr guten Ruf hinsichtlich ihrer Autos. Und den müssen sie halt nutzen in diesem Bereich. Immer wieder gibt es ja Gerüchte, dass die Holding, die Porsche AG, also den Hersteller, zukünftig doch eigenständig an der Börse führen wird. Und in einer Studie von Goldman und Sachs dazu wurde die Porsche AG selbst schon mit einem Wert von 70 Milliarden US-Dollar taxiert. So ein bisschen wird sie also durch den Volkswagen-Konzern eher gebremst. Und ein solches Vorgehen hat sich nämlich auch schon mal bei einem anderen Sportwagenhersteller gelohnt. Und das war Ferrari. Seit Anfang 2016 ist der Kurs nämlich dort nach der Ausgliederung von 40 auf 182 Euro vervielfacht. Die Analysten sehen übrigens ebenfalls viel Potenzial bei der Holding. Und auch wenn zwei von acht auf Halten stehen, ist das niedrigste Kursziel aktuell bei 93 Euro, das höchste bei 132 Euro und ein Mittelwert von 113,57 Euro gesetzt. Was ja allesamt über dem jetzigen Kurs liegt. Was die Zukunft angeht, rüstet Porsche ebenfalls auf. Zum nächsten Jahr soll ihre Entwicklungs- und Montagekapazität ausgebaut werden in ihrem größten Einzelmarkt China, der bereits zum sechsten Mal in Folge Porsches größter Absatzmarkt ist. Zudem steigern sie auch ihre Präsenz in den aufstrebenden Märkten in Südostasien. Und neben dem Aufbau des dort ersten grenzüberschreitenden Hochleistungsladenetzes in Zusammenarbeit Michelle, erweitert Porsche auch noch sein Produktionsnetzwerk um eine lokale Montageanlage in Malaysia. Porsche hat also ein spezialisiertes und stetig wachsendes Netz an Forschungs- und Entwicklungsstandorten rund um die Welt, mit dem sie punkten können. Dazu kommt dann auch noch die 2016 gegründete Tochterfirma Porsche Digital und die unterstützt innovative Zukunftsvorhaben des Unternehmens. Der Fokus liegt dort eben, wie der Name schon sagt, auf Forschung und Entwicklung in Bezug auf innovative und kundenorientierte digitale Dienstleistung. Einen zusätzlichen Meilenstein möchte Porsche übrigens dann auch noch in Zusammenarbeit mit Siemens Energy setzen und hat im Zuge dessen in Chile mit dem Bau der ersten weltweit integrierten kommerziellen Anlage zur Herstellung von sogenannten E-Fuels, also CO2-neutralen Kraftstoffen, begonnen. Eine spannende Aktie, die man schon aktiv beobachten muss, das will ich auch dazu sagen, wenn man sie hält. Das ist kein normaler Titel à la kaufen und liegen lassen, aber jetzt noch günstig mit einem super Potenzial aus den erwähnten Gründen, wie ich finde. Und deshalb für mich, wie erwähnt, ein Kauf. Zumindest für einen Zeithorizont von erst mal 9 bis 18 Monaten. In einem ähnlichen Umfeld ist dann unsere nächste Aktie tätig, die ich sehr spannend finde, gerade was die fundamentalen Zahlen, die Prognosen und auch den jetzigen Kurs angeht. Es handelt sich um die amerikanische LKQ Corporation und die hat auf den ersten Blick zwar ein relativ einfaches, aber zugleich sehr verständliches Geschäftsmodell. Verfolgt allerdings dabei einen Ansatz in ihrem Segment, welcher in den nächsten Jahren als Pluspunkt eine immer größere Bedeutung bekommen wird. Denn sie sind weltweit mitführend im Bereich von recycelten und wiederaufbereiteten Kraftfahrzeugteilen, wie beispielsweise aus Unfallfahrzeugen oder vor Verschrottung. Und das nicht als kleiner Nischenanbieter, sondern mit 44.000 Mitarbeitern in 31 Ländern, wovon der größte Teil in Nordamerika und Europa zu finden ist. Die letzten Monate haben natürlich auch diesen Gesamtmarktauto gerade im letzten Jahr etwas angeschlagen, aber die jetzigen Zahlen zeigen, dass diese Phase zumindest bei LKQ überwunden scheint und nun konnte diese eben genau ein günstiger Aktienkauf sein. Das KGV liegt bei 16 und nachdem die Aktie nach dem Crash im März 2020 bei unter 16 US-Dollar mittlerweile verdreifacht ist in Richtung 50 US-Dollar, kamen kleine Gewinnmitnahmen. Nun sammelt die Aktie gerade Kraft und ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn sie ihre Geschäftsprognosen, wie sie oft wieder mal übertreffen können, und danach sieht es auch aus, eine neue ordentliche Aufwärtsbewegung stattfinden wird. Der Konzern trifft, wie ich finde, den neuen Zeitgeist eben nicht mehr einfach nur zu verschrotten, wie es über Jahrzehnte hinweg so war, sondern neu aufzubereiten. Und je mehr die Fahrzeughersteller weg vom Verbrenner gehen in der Neuproduktion, umso weniger Neuteile wird es für diese Fahrzeuge ja auch geben. Und das, obwohl natürlich weiterhin auf den Straßen weltweit noch hunderte Millionen solcher Fahrzeuge zu finden sind und sich eben auch nicht jeder ein E-Fahrzeug leisten kann. Dazu passt auch das neue verbesserte Umwelt, also ESG-Ranking von MSCI für die Firma, welches sie weiter in den Fokus rückt und auch den Zugang zu einigen ETF mit diesem Kriterium sichert und ausbaut. Und in diesem Bereich, da sind wir uns wahrscheinlich einig, da wird in Zukunft einfach noch mehr Geld fließen. Die Geschäftszahlen passen auch zu diesem Trend jetzt schon. Im zweiten Quartal gab es 30,8% Steigerung und in Sachen Gewinn per Aktie, EPS, sogar beeindruckende 159 bzw. 113%. Dies sind nicht nur hohe Werte, weil 2020 so schlecht war wie bei manch anderem Konzern, sondern gleichzeitig auch die höchsten Werte in der Unternehmensgeschichte, also ein wahrer Erfolg. Im Vergleich zu den vorherigen Jahren, die ja schon sehr stark waren und fast jeder Wert, wie du sehen kannst, hier kontinuierlich gesteigert wurde, kannst du sehen, dass LKQ trotz der weltweiten Krise sehr gut gewirtschaftet haben muss. Der Umsatz und das Bruttoergebnis gingen zwar um 7 und 5% etwas zurück, aber inmitten dieser schlimmen Zustände am Markt konnte der Gewinn sogar noch gesteigert werden. Wirklich gut, muss ich sagen an der Stelle aus Investorensicht, die Zahlen sind einfach beeindruckend. Wer daran teilhaben möchte, für den kann jetzt eben wie erwähnt ein günstiger Einstiegszeitpunkt sein, bevor LKQ die nächsten Höhen erreichen wird. Die Analysten sehen Kursziele zwischen 60 und 65 US-Dollar und damit dann auch einiges an Luft nach oben von den jetzt 50 US-Dollar. Und ich merke gerade schon, dass ich in Schwärmen gerate, denn diese Firma ist definitiv einen Blick oder vielleicht sogar einen Kaufwert. Und nun die dritte Aktie in diesem Video und das ist Covestro. Der Konzern, welcher vor ein paar Jahren als spannende Ausgliederung aus dem Bayer-Konzern an der Börse gestartet ist, vermeldet in den letzten Quartalen und auch schon 2020 immer höhere Prognosen und Geschäftsergebnisse. Nun ist dies im Chemiebereich, aus dem sie ja im Teilsegment stammen, kein Einzelfall in den letzten 18 Monaten. Und Covestro ist noch weit entfernt vom Allzeithoch aus 2018 um rund 95 Euro je Aktie. Aber trotz der jetzigen Kursverdoppelung in der letzten Zeit seit dem Crash ist die Bewertung noch sehr gut und der jetzige Kurs ist seit einiger Zeit auch in einer Seitwärtsbewegung. Und das eben trotz sehr guter Geschäftszahlen. Dementsprechend kann man Covestro jetzt noch relativ günstig bewertet kaufen. Aktuell haben sie ein KGV von 7,9 und vergleicht man dies mit ihrer Konkurrenz, dann liegt dort beispielsweise BASF bei 25,5, Henkel bei 20,5, Lanxess bei 28, Merck bei 31 und Brenntag bei 28, um mal nur ein paar aus der großen weiten Welt der deutschen Chemie- und Pharmakonzern zu nennen. Gegenüber diesen hat Covestro also noch eine sehr günstige Bewertung, zumindest auf das KGV bezogen. Und selber ist sie auch noch keine kleine Firma, denn mit einer Marktkapitalisierung von 10,7 Milliarden Euro hat sie schon ein breites Fundament. Und apropos breit, Covestro ist eben auch breit aufgestellt und bedient sehr viele Branchen mit ihren speziellen Produkten. Ihre Kunststoffe, Lacke, Folien, Materialien für den Dreidruck und ähnliches werden in der Automobilindustrie, dem Bauwesen, der Kosmetikbranche, dem Energiesektor, Gesundheitswesen und noch viel mehr benötigt und gekauft. Die Nachfrage ist sogar so hoch, dass Covestro-Chef Steilemann vor kurzem sagte, dass sie heute schon komplett ausverkauft sind. Deshalb konnte der Konzern im Juli 2021 auch seine Jahresprognose für den operativen Gewinn nochmal anheben. Sollte dieser Trend mit den Zahlen für das dritte Quartal am 8. November in diesem Jahr auch nochmal bestätigt werden, so macht das viel Hoffnung für mich für einen bevorstehenden Anstieg aus der jetzt gerade gesunden Seitwärtsbewegung. Immerhin liegen die 50- und die 200-Tageslinie vom gleitenden Kursdurchschnitt beim jetzigen Kursniveau. Nachhaltigkeit steht dann auch noch bei Covestro zumindest vorne drauf und man strebt eine neue Art der Kreislaufwirtschaft an durch die Entwicklung von alternativen Rohstoffen, innovativen Recycling und dem Einsatz von eben erneuerbaren Energien. Covestro sieht sich also als eine der so oft von der Politik angesprochenen Innovationstreiber, die eben benötigt sind und auch gefördert werden sollen hierzulande und in der EU. Und das wieder mal mit Geld. Anleger können sich darüber wohl freuen, wenn dies gelingt und mal sehen, wann und ob wir dann wieder den alten Höchststand bei 95 Euro irgendwann sehen können. Die Aussicht ist allemal da und die Geschäftszahlen dafür auch, zumindest wenn es so weitergeht. Ich hoffe, es war auch für dich etwas bei unseren drei Aktien dabei. Ich persönlich fand sie spannend mit guten Geschäftsmodellen und wie gesagt günstigen Bewertungen, zumindest aufs KGV bezogen. Ich weiß, es gibt so viele andere Kennzahlen, aber das KGV zieht man halt noch gerne ran. Schaut aber auch auf die anderen Dinger. Fundamental haben sie mir sehr gut gefallen. Schreib uns am besten deine Meinung jetzt in die Kommentare zu den genannten Titeln. Vielleicht hast du auch noch einen Aktien- und ETF-Wunsch und verwende dazu am besten den Hashtag Finanznerddepot, denn dann bestimmst du mit, welche drei Wertpapiere ich kaufen soll und einmal im Monat verlosen wir den Gewinn unter allen Kommentaren, die eben mitgemacht haben von unserem Depot. Die genauen Teilnahmebedingungen findest du auch unten in der Videobeschreibung und damit du dann keines unserer Videos verpasst, wenn du vielleicht sogar gewonnen hast, abonniere am besten jetzt unseren Kanal und lass dem Video noch als Unterstützung unserer Arbeit einen Daumen nach oben da und mal schauen, ob wir es gemeinsam schaffen. Das wäre so ein kleines Ziel, 500 Daumen nach oben zu erreichen. Danke für deine Unterstützung, ich freue mich auf das nächste Video mit dir, dein Finanznerd Simon.